Hier geht's um dich, die lieber Erfahrungen sammelt als Likes. Um dich, der nicht nur Wünsche hat wie die meisten, sondern einen Willen. Deine Noten sind nur mittelmäßig. So what? Einstein war Schulabbrecher und Steve Jobs hat die Uni geschmissen. Hier geht's um dich, der nach jeder Niederlage wieder aufsteht. Für uns bist du ein Held, weil du es immer wieder versuchst. Um dich, der, wenn vorwärts nichts mehr geht, eben rückwärts denkt. Um dich, die kein Eye-Candy sein will, sondern Soulfood. Die den Mund aufmacht, wenn alle schweigen. Und sich erhebt, wenn alle sitzen bleiben. Und du? Du möchtest ein Gott sein? Eine Queen? Oder der neue Picasso? Gut so. Denn du bist nicht zu schlagsig, zu klein oder zu anders. Du bist genau richtig. Wir lieben deine Ecken und Kanten. Denn nur eine Null hat keine. Hier geht's um dich. It's about you.